Das Horn ist das schönste Erholungsgebiet von Richterswil. Die halbe Insel ist wunderbar eingebettet in den sauberen Zürich See. Bei schönem Wetter ist das Horn enorm beliebt bei Jung und Alt. Es wird gebadet, entspannt, gespielt und gefestet. Öfter gibt es einen tollen Anlass. Es hat Tische, Bänke und Feuerstelle. Und vielmals wird etwas Gutes grilliert. Aber nicht nur auf dem Feuer brutzelt es. Auch viele Menschen röstet an der Sonne. Viele suchen den Schatten und die Kühe von den Bäumen. Aber von denen hat es zu wenig. Der Verein IG Baumfreunde hat das schon lange festgestellt. Darum hat man ein grosses Projekt gestartet. Schattenbäume auf dem Horn. Beim Kinderspielplatz und bei den Liegenwiesen braucht es viel mehr Schatten. Zusammen mit der Hochschule Wädenswil haben wir einen Gestaltungsplan ausgeschafft. Es fehlen 16 Bäume. Die sind mit roten Punkten auf dem Plan eingezeichnet. 10 von denen möchten wir den Gemeinden schenken. IG Baumfreunde haben nicht genug Geld, um dasselbe zu finanzieren. Darum machen wir bei diesem Wettbewerb von der Klientis Sparkasse 1816 mit. Wir freuen uns, wenn euch das Projekt gefällt. Und danken, wenn wir ganz viele Stimmen bekommen.